Ein herzliches Hallo von der Living Kitchen 2019 hier in Köln. Ich bin für Sie hier auf dem 9. Stand und zeige Ihnen jetzt die aktuellen Küchenhighlights. Wir hatten eine ganz tolle Messewoche, einen sehr großen Zuspruch von den Besuchern. Die haben unsere Themen wirklich gut angenommen. Eines der Highlights unserer Messe war natürlich die neue Klassik. Ein Konzept, wo man ganz individuell verschiedene klassische Stile miteinander kombiniert. Um daraus Küchen mit einem wirklich ganz individuellen Gesicht zu kreieren. Die Nolde-Küchen haben eine sehr, sehr unterschiedliche Planung. Also ich bin sehr erstaunt, wie unterschiedlich die einzelnen Kojen hier gestaltet sind. Soll für jeden Stil was dabei sein. Diese Küchen, die sind einfach sehr ansprechend. Wir schwanken zwischen grifflos und exklusiven Griffen. Und da gibt es hier wirklich eine Menge. Es fühlt sich alles wirklich sehr wertig an. Und man hat jetzt einfach die Qual der Wahl, sich zu entscheiden. Also wir finden dieses puristische Design von Nolde sehr interessant. Und auch die dunklen Farben. Das dunkle Grau kombiniert auch jetzt hier mit einem hellen Ton. Wir glauben nicht, dass eine Küche, so wie sie jetzt hier ausgestellt sind, in einigen Jahren langweilig wird. Die sind, glaube ich, ganz schön zeitlos. Und die Qualität beeindruckt uns auch. Ich finde, gerade in einer Neute-Küche kann man wirklich wohnen. Also die sind von der Vielfalt wirklich sehr beeindruckend. Die Fronten sind ganz, ganz toll. Ich selber brauche auch gerade eine neue Küche und ich kann mich gar nicht entscheiden. Eine ist schöner als die andere. Ich habe jetzt festgestellt, tendenziell geht es tatsächlich wieder so ein bisschen zum Landhausstil hin. Trotzdem mit einem ganz modernen Charakter. Also ich finde es super. Das waren die Küchen-Highlights vom Nolde-Stand der Living Kitchen 2019. Ich hoffe, es hat Sie inspiriert für das Leben in der Küche. Für das Leben in der Küche, Nolde-Küchen. 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 Für das Leben in der Küche, Nolde-Küchen.